Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikos da draußen Der Skylands da statt Genauso wie eine kleine Runde Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Und das Mikro ist am Wackeln Warum ist das Mikro am Wackeln Und warum übertöne ich das gerade eigentlich so extrem Ich habe keine Ahnung Ja ohne große Weite Umschweife Mach ich nochmal A Spiel an Ach Leute, ich kann euch was sagen Ich finde jetzt eben gerade mal ein bisschen Zeit Wieder was aufzunehmen Weil in letzter Zeit Die Suche geht weiter So gehört in das Hebi Und beginnt die Suche nach Itachi Ich bin jetzt seit gestern Helfen am Umzug bei einem Kumpel Gestern ganze Zeit Kartons Heute ganze Zeit Kartons Und jetzt bin ich gerade mal ein bisschen früher zu Hause Habe ich also Zeit jetzt auch endlich mal Wieder aufzunehmen Deswegen ist auch heute Was ist denn da los Na Digga Ich werde da vorne nachsehen Sasuke Du kümmerst dich um ein anderes Gebiet Jetzt kriege Ey Dass ich von sowas jetzt Befehle kriege Geht mir jetzt schon auf den Semmel Alter Na gut gut Dann wollen wir mit Sasuke mal ein bisschen Auf Wanderschaft gehen Äh Ja wir suchen gerade Informationen Die Gruppe Hebi hat sie aufgeteilt Und sammelt jetzt Informationen Um den Standpunkt Von Ja Itachi Weil wir ihn dann endgültig zu einem Kampf herausfordern wollen Jetzt haben wir den anderen Bildschirm War ja das Epicness Und gestern auch Ach du Scheiße Muss ich gleich mal erzählen Was ist das Was ist das Was ist das Ich bin Das war's für heute. Ich bin ein Scheringan. Ich bin ein Kind von Itachi. Ich bin ein Kind von Orochimaru. Ich bin ein Kind von Utiha. Ich bin ein Kind von Scheringan. Ich habe mich nur überrascht, was ich? Sie... Ich habe mich auf einen schönen Augenblick, Tobi! Ich habe mich überrascht, Tobi. Oh, ich muss mich überraschern. Ich kann mich überraschern. So, dann sind wir jetzt auf Deidera und Tobi gestoßen. Ja, ich bin bereit. Schauen wir mal, wie wir gegen die abstinken können. Und zwar hat ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, The Frontline Troopers. Der bastelt ja immer so ein bisschen aus Styrodor-Waffen und sowas. Total geil, wie der das macht. Ich hab mal ein paar Versuche. Hat nicht ganz so funktioniert. Ist zwar so zum Hinhängen ganz schön, aber es ist nicht gut. Und, ähm... Na, was ist denn jetzt los? So, ein bisschen aufladen. Scheiße. Ähm... Alter, es ist jetzt gut. Was kommt denn her, du blöder Wichser? Und, ähm, der hat jetzt angefangen zu zeigen, wie man, ähm, sich eine Rüstung zusammenbasteln kann. Und die bin ich gerade am Nachmachen. Also, ich hab jetzt EVA-Schauen besorgt. Damit ihr wisst, was das ist. Ähm... EVA-Schaum ist im Endeffekt dafür da, äh, um Sportmatten für Judo und sowas. Ähnlich, hm? Ähm, damit man nicht, äh, drauf fällt in so einen Scheiß. Scheiße. Jetzt, äh... Jetzt, komm her. Mann, setz doch mal Chidori ein. Und, ähm... Ja, jetzt hat er es halt so ein bisschen gezeigt, bisschen gemacht und sowas. Und das bin ich jetzt am Nachbauen, äh, wie gesagt, mit dieser Sportmatte. Und dann hab ich gestern nicht auf die Uhr geguckt und bumm, das hatten wir halb drei morgens frühs. Ja, jetzt musst du ins Bett, du musst ja morgen, also, an dem Morgen halt dann wieder aufstehen, um mir den Leuten jetzt helfen. Naja, war ich so müde, am nächsten Morgen. Oder an dem Morgen. Aber hatte ich Spaß, so was zu passen. So, 71, 62, 2, 5, 7, 5. Zusammen 3, 3, 4, 7. Suigetsu Huzuki... Huzuku... Huzuki. 740.000 Sturmpunkte erreicht. Hissart freigeschaltet. Okay, wir haben eine neue Hissart bekommen. Das ist cool. Ich weiß noch nicht, wofür wir den brauchen, aber wir haben ihn. Schon mal was wert. Und ich... Wacke zu viel am Tisch. Was? Säte... Hutt... Wunget якuerde. Sätein! Dies ist schnell, dieses Mann in den geholfen. Ich weiß nicht mehr für uns, wirklich, so was es. Lass uns mit ihm von Itachi glückschel 거예요. Bis zum nächsten Mal. Wie ist es der Bedeutung? Wunget dich nicht ja noch. Auf, also bei mir kommt's, Spiegel? Tobi, lass uns ein bisschen entfernen. Senpai? Ich werde jetzt hier mit dir. Du bist in Ordnung. Eheh, ich werde es nicht verletzen. Das ist das Wurzeln. Es gibt keine Wurzeln. Das ist dein Wurzeln. Ich werde dir das Wurzeln. Hey, hey! Ich werde das Wurzeln. Was ist das? Hör auf! Der ist die Gefahr sofort. Ihr seid in meinem Geist. Ihr seid in meinem Geist. Ich werde mich überraschend. Ich will es sehen. Ich bin der Geist. Das ist ein Geist. besondere Technik angsteinflößend sich das... Nein! Oh fuck it! Scheiße! Nein! Ich bin doch nicht bereit! Das ist viel zu wenig in Energy, Digga! Das war zu schnell! Fuck! Der Bessers ultimativ ist nicht einsetzbar. So, jetzt komm her! Jetzt ist er grad ein bisschen ruhiger. Jetzt haben wir einfach auf die Füße drauf. Hoffen, dass er kitzlig ist. Nein, das machen wir halt. Scheiße! So, jetzt noch mal ein bisschen Kätzchen hier. Aber er kann ultimatives Jutsu einsetzen. Sein Shaka ist gut aufgeladen. Komm her, du! Sau Preisen! Wir haben ihn ganz gut unter Kontrolle! Ah, fuck it! Ah, fuck it! So, komm her! Passiert doch in mir nichts mehr! Passiert doch in mir nichts mehr! So, komm! Komm! So, komm! Komm! So, komm! 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 Komm her jetzt! So, jetzt aber Rest hier! Meine Fresse! Boah! Ah, überheblich, aber gut. Sasuke, schon eine coole Drechstau. Fuck it. Mit dem Mangekyou Sharingan. 745.000 Sturmpunkte erreicht. Titel erhalten. So, wenn wir gleich nochmal kämpfen, müssen wir uns auf jeden Fall heilen. Scheiße, ich hätte wesentlich mehr rausholen können, ich Idiot. Ich ja vergesse mich zu heilen, ey. Schauen wir mal. Oh, ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Das ist ein Schuss, was ich? ... 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 Das ist ein bisschen, was du? Nein, das ist das Gefühl. Ich bin ein bisschen schützlos. Ich bin ein bisschen schützlos. Das ist das Gefühl, dass ich mich nicht so fühle. Ich bin ein Mensch, was ich nicht so cool. Das ist das Schmied. Das ist das Schmied. Das ist die Schmied. Ich habe den Art und Weise verpflichtet. Das ist das Schmied. Ich habe den Art und Weise verletz'en. Das ist das Schmied. Das ist das Schmied. Das ist das Schmied. Ich kann mich nicht verraten! Ich habe keine Lust, dass ich so etwas interessiert habe. Ich werde dir das Leben von I.T.A.C.E. sagen. Ich bin so sehr, dass ich mich nicht so interessiert habe. Was ist das so k oikein? Das ist das Wichtigste Wicht. Der wird sich der K divayen, der höchstes Macht den ganzen Wesen machen. Und wer das nicht so kenne... Ich habe das Wichtigste Wicht gefühlt und ausgesunken, und ich werde das Wichter Wichter hatte, in diesem Wichter Wichter herunterladen kann ich nicht lesen. Ich werde mir bloß ein, was ich. Echt, wenn ich mich nicht so gut. Ich werde nicht von dem Abhören gehen. Du bist hier und dein Schuss. Komm, geh da! Mach dich. Mach dich! Ich bin ein Schweig. Ich bin ein Gerät. BOOM! Hat's gemacht. Sie haben sich auch ungefähr tausendmal berührt so um den Dreh rum und dann hat's halt BOOM gemacht. Ne, das war schlecht. Ich entschuldige mich. Arztrechnungen. Bitte den folgenden Postfach senden. Postfach senden. Gut, weiter geht's. Gut, weiter geht's. また今度だ.